Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, Genosse Krieger, der Weg zur Spinne führt über ihr Netz. Niemand verschwindet einfach so im Knast, wenn Millionen Leute zugucken. Oh Gott, immer in uns! Das ist Landesverrat. Wir können sie dafür belangen. Ich wolle Dienstbereitschaft für alle Angehörigen des MFS. Die Stasi weiß doch längst über uns Bescheid. Wir haben einen Verräter und der ist mitten unter uns. So kann kein Mensch leben. Ich auch nicht. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!